Dieser Junge hier sieht aus wie 15, ist aber 25 Jahre alt. Und diese Frau hier ist auch 25 Jahre alt, sieht aber aus wie 60. Galileo sagt, was da los ist. Sieht aus wie ein Kind, ist aber schon 25. Ich hätte gern eine Schachtel Zigaretten. Die Verkäuferin möchte Tomislavs Ausweis sehen. Der Arme, Alter, wie nervig ist das, sein ganzes Leben lang seinen Ausweis vorzeigen zu müssen. Doch selbst der Ausweis überzeugt oft nicht. Plot Twist, sein Ausweis ist wirklich eine Fälschung und er sneakt sich mit 15 Jahren schon ins Erwachseneleben. Im Vergleich zu Tomislav braucht Katja keinen Ausweis. Mit ihren 25 Jahren sieht sie bereits aus wie eine alte Frau. Imagine, die beiden führen eine Beziehung. An meine Schulzeit habe ich nur gute Erinnerungen. Die hat doch locker als Jugendliche immer für alle Alk und Kippen besorgt. Irina, die Mutter, ist fast 20 Jahre älter und sieht trotzdem deutlich jünger aus. Dieser Moment, wenn die Mutter jünger aussieht als die Tochter. Spaß beiseite, Leute, das ist irgendwie traurig. Und ich hoffe, die kommen trotzdem im Leben gut klar. Für mehr interessante Videos hinterlasst ein Abo.